In der Konrad-Zuse-Akademie in Hoyerswerda drücken auch während der Herbstferienpädagogen die Schulbank. Es handelt sich um Grundschulenglischlehrer, die unter anderem aus Dresden, Leipzig, Hoyerswerda und Bischofswerda kommen. Der zweitägige Weiterbildungskurs wird vom Amerikaner Chris Spencer gehalten und endet für die Teilnehmer mit einem Fortbildungsnachweis der Sächsischen Bildungsagentur. Es ist bereits der dritte Kurs dieser Art, aber der erste in den neuen Seminarräumen der Zusack.